Ja, liebe Freunde, durch die Ankündigung zweier Gaststars ist ja ganz Ölsnitz und Umgebung inklusive Lokalpresse total aus dem Koizischen Ralli sind sie hier schwerstellt aufgelegt. Und die beiden, die jetzt hier neusportlich einheizen wollen, die sind zu uns gekommen, weil sie wirklich mal mit Profis arbeiten wollen. Ich kann das jetzt nicht wirklich nachvollziehen, wie man jeden Früh halb sechs Uhr so eine sträflich gute Laune haben kann. Vielleicht gibt es ein besuchteres Film, was die beiden hier jetzt an den Tag legen. Hier ist für euch Vetscher und Fischer. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, ihr seid so süß. Soll ich dir süß den Mädel zum Applaus für den Mädel ist wirklich süß. Frau ist fertig. Oh, du siehst scheiße aus einer. Ja. Wir klären mit einer aus. Ja. Ich habe klären Taschenbärmung mit. Geile Scheiße, oder? Ja. Leute, wir müssen jetzt noch allererst, wir müssen mal hier, wir müssen mal ganz schnell, das ist live auf Sendung. Ja. Einen linken Gruß an alle Hörer, von unserem Radio, sind alles artig. Was machen wir, wir sind jetzt wirklich live auf Sendung. Kommt mal, wir müssen jetzt mal ein bisschen mit spielen, das ist wie beim Kassel. Tut mal so, als ob es euch Spaß macht. Herzlich Willkommen, hier ist Ölstens. Ölstens! Wir sind heute, wir sind heute ein bisschen Rosenmontag. Ich bin schon stinkbesoffen. Die Ölstens-Vereinigung ist ein guter Laden, hochlehrender Präsident und seine Funkengabe. Ihr, die hübschen Mädchen, ich bin begeistert. Hier ist Ölstens! Ich möchte an dieser Stelle die Frage stellen, die man stellen muss am Rosenmontag. Wer möchte mit Genosse Böttcher die Kussfreiheit eröffnen? Zwei Müllige vor! Seid froh, ich hab die Zähne drinne! Hier! Ja! Ja! Was? Geschirb der Mann, oder? Ja! Das wollen wir sehen. Ölstens! Du! Für Heißen, du! Alle! Ihr Osferen! Küsschen! Es geht vom Party, hm? Und damit geben wir uns nun aus den Spielen. Grüße aus Ölstens! Noch mal einen herzlichen Applaus! Jawoll! Sehr geil! So, das haben wir. Voll gut. Das war's. Wer wollten wir eigentlich nicht heute? Ja? Das war's richtig. Herr Präsident! Wir müssen jetzt mal langsam zwei ausschenken. Das würde ich sehen. Ein paar kleine Flachmänner. Können wir die vielleicht mal verteilen? Das wäre sehr nett. Wenn! Können wir doch mal dahinten die Flachmänner, dass wir die an der Leute kriegen? Jetzt. Jeder, der nicht fahren muss, kriegt jetzt ein kleines Schnäppchen. Jetzt muss keiner da fahren. Bitte noch nicht singen! Ja, das würde doch noch nicht trinken! Erstmal nur hinstellen! Ja, wir werden... Wir singen eigene Musik, wir verteilen und danach stoßen wir gemeinsam an. Ja? Und nicht trinken, bitte! Erst nur verteilen! Wir machen Titel 4, alle schön! Titel 4! Titel 4 kennt ihr es! Achtung! Wir singen was! Wir singen was! Da going și ein Loveiben! O,, o, 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 o. Da weile död chить Stefan terra inten zen plaza te aten Jetzt du wieder ein. Komm, 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 komm! Auf uns stein und heißen Weg, aber unsere Liebe lebt. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns frei. Auf uns stein und heißen Weg, aber unsere Liebe lebt. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns frei. Und da bin ich mal allein. Ja! Komm, ein kleiner Fettinbär, aus dem Friedenzeug an den Herd. Und sein Kämmer wuschelreich, alle quälen der Wuppe greicht. Komm, ein kleiner Fettinbär, aus dem Friedenzug an den Herd. Komm, ein kleiner Fettinbär. Komm, ein kleiner Fettinbär. Komm, ein kleiner Fettinbär. Mama, hey, wo ist das Haus? Komm mal rein, hol! Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Haus. Dann bin ich mir beschützt und nun fähig die Stube raus. Das Essen kochen kann ich, dafür bin ich zu klein. Doch habe ich so ein Schnaubel, die nutze ich für die Feind. Ja! Vielleicht sind meine Hände auch. Ja! 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 Die Kirche Und auch du, ich, und du, ja. Dankeschön! So, sehr reich. Wir sind größtens hier heute ein Ausgeben. Ja! Hat jeder ein kleines Schnäpschen? Und vor allem, wo ist der Präsident? Ja, ist besoffen, da liegt noch zu retten. Oh, der Schlerbe ist halt. So! Wo ist der Ende? Brasil! Brasil! Da ist er! Wir brauchen jetzt einen ordentlichen Tricks. Zeig mal ganz leise, Will. Kann bitte ganz leise, ganz kurz. Ganz leise! Jetzt der Radiosender RSA. An dieser Stelle wird durch absolute Aufmerksamkeit für das Klopfen des Radens. Ja. Auf das Zeichen vom Rötter klopfen wir alle mal mit dem Schnaps auf den Tisch. Auf die Gänze, fertig, los! Und jetzt macht der Präsident noch mal einen Pfingstpuff dazu. Was sagen? Ein, zwei, drei, vier, drei! Lasst euch strecken, einen schönen Rosenmontag. War's gut? Danke schön, jetzt feiert noch schön. Bis dann, Tschüss! Ja, so ganz zu einfach. Ganz so einfach. Kommt ihr, wir, wir, natürlich, hier nicht von unserer OCV-Showbüte. Weil, also, wenn wir schon eure Gage jetzt direkt schon bei uns durch die Kehle am Linnen lassen, haben hier doch noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Geräusche lassen uns ja nicht. Lumpen, das soll wohl zu einer Art Bestessungsversuchs sein, das das nächstes Jahr wiederkommt. Und es ist hier Bier drin, ja, das ist mit auf. Bier, ja, das ist gut. Das ist direkt hier um die Hände, die anseitenden Körner. Das verbindet jetzt jetzt direkt auch mit da. Und da wir natürlich nicht nur für... Wir haben für jeden eine Flasche Bier, ja? Ich hab's jetzt nicht so... Und das Schicken ist auch drin. Das Schicken! Ich geh noch hin. Das Schicken hier hab ich. Ich trink doch nichts hin. Dankeschön, bis morgen früh im Radio bei RSA. Was ist das? Moment, Moment, Moment. Ganz so, ganz so einfach, wenn wir euch ja auch nicht von unserer Showbüte enthalten. Und das hat den Hintergrund, uns ist ja zu hohen gekommen, dass in der Jahresradkantine das Restaurant total abartig sein soll. Ganz scheiße. Ist scheiße, ne? So, und wie es in den richtigen Karnabalisten gehört, haben wir natürlich auch noch einen Offen für jeden von euch. Natürlich ist das geil. Der Präsident der Surin wird den gleich mal hochproffizienten Allianen verleihen. Das ist schon so, das darf passen. Er hat Segel oben. Was? Bleiben wir gerne ein, warte. Sehr. Große Ehre. Dankeschön. Und jetzt sieht's schon mal ganz. So weit, also unsere beiden Radioproduktoren bedanken wir uns bei Ihnen mit unserem Schlachtruf 1M3-4-Dollar und ONCV! Wir essen! We little Google Schicks! Wruck! We little Google Schicksil! Let's stop! Let's stop! Wer wildität? Du wow!